Okay, starten wir mit dem Fasan. Hier seht ihr einen Fasan. Und zwar ist der Fasan eigentlich, oder stammt er ursprünglich aus Asien, mittlerweile ist er aber auch bei uns heimisch. Und da gibt es verschiedene Arten, die man unterscheidet, oder verschiedene Rassen, besser gesagt, von Fasanen, die man unterscheidet. Und da gibt es zum einen den böhmischen Jagdfasan, auch Kupferfasan genannt, und es gibt den chinesischen Ringfasan. Chinesischer Ringfasan zum Beispiel, den erkennt man sehr gut an dem weißen Halsring. Und der Kupferfasan, beziehungsweise der böhmische Jagdfasan, hat diesen eben nicht. Aber mittlerweile sind die Rassen nicht mehr klar trennbar und es gibt einfach sehr viele verschiedene Fasanenrassen. Und genau, deshalb, so sieht der Fasan aus. Ich denke, den könnt ihr sehr gut ansprechen. Und hier seht ihr jetzt nochmal eine Fasanhenne. Vorher hatten wir den Fasanhahn. Hier sehen wir die Fasanhenne. Die ist eher bräunlich gezeichnet, eher etwas schlichter im Federkleid. Und da haben wir auch wieder den klassischen Begriff des Geschlechtsdimorphismus, der hier sehr stark ausgeprägt ist. Bei dem Fasanhahn, wenn wir uns den nochmal anschauen, sehen wir, dass die Rosen sehr stark ausgeprägt sind, beziehungsweise sehr gut erkennbar sind. Und bei den Rosen ist es so, dass die während der Balz viel stärker ausgeprägt sind. Und das müsst ihr wissen, das ist eine gerne gestellte Prüfungsfrage. Bei welchem Tier sind die Rosen während der Balz stärker ausgeprägt oder stark ausgeprägt? Und das ist eben bei dem Fasan so. Und genau, die Rosen nochmal zur Erinnerung. Das hatten wir bei dem Auerhahn schon. Beim Fasan ist es nochmal ein bisschen dominanter. Das sind eben diese unbefiederten Stellen am Auge, beziehungsweise um das Auge herum. Ja, zum Fasan solltet ihr unbedingt auch die 5 Ws kennen. Beziehungsweise manchmal werden auch 6 Ws genannt. Wir arbeiten hier mit den 5 Ws. Und die 5 Ws beschreiben eigentlich so Anforderungen, die der Fasan an seinen Lebensraum stellt, beziehungsweise Ansprüche, die der Fasan an seinen Lebensraum stellt. Der Fasan mag grundsätzlich kleinparzellierte Flächen mit viel Abwechslung, mit Feldgehölzen und eher so kleinstrukturierte Landschaften. Also das mag er sehr gerne, wo sich so Wald, Wiesen, Felder, Schilf und Wasser abwechseln. Und genau da spielen auch die 5 Ws rein. Das heißt, die 5 Ws sind Wiese, sie sind Weizen, da könnte man in Klammern auch Feld hintersetzen. Es ist Wald, es ist Wärme und es ist Wasser. Das heißt, das sind die 5 Ws, die ihr euch merken solltet. Und jetzt ist natürlich die Frage, was steckt hinter diesen 5 Ws? Wir haben gestartet mit der Wiese. Warum ist für den Fasan die Wiese wichtig? Für den Fasan ist die Wiese wichtig, weil es dort natürlich viele Insekten gibt, die sich auf der Wiese tummeln. Es gibt verschiedene Samen und es gibt verschiedene Kräuter. Das heißt, die Wiese dient dem Fasan schlicht erstmal als Deckungsmöglichkeit, aber auch im Wesentlichen als Nahrungsgrundlage bzw. als Nahrungsquelle. Dann haben wir als nächstes den Weizen bzw. das Feld. Beim Weizen ist es so, dass der Fasan erstmal darin sehr gut Deckung findet und zum anderen nimmt er natürlich auch sehr gerne dieses keimende Getreide als Nahrung auf und er nimmt aber auch sehr gerne Hackfrüchte auf, wie zum Beispiel Mais. Deshalb fällt bzw. Weizen das zweite W. Das dritte W ist der Wald und da ist ein Begriff ganz wichtig und das sind Schlafbäume. Der Fasan sucht sich nämlich Schlafbäume. Da baumt er auf und die sucht er sich zum Schlafen und da bevorzugt er insbesondere Dickungen. Das heißt, er sucht sich sehr gerne Schlafbäume in Dickungen. Der Wald dient natürlich auch als Deckung und genau deshalb das dritte W, Wald. Das vierte W ist die Wärme. Der Fasan mag sehr gerne die Wärme und deshalb ist er auch häufig in Weinregionen anzutreffen. Manchmal wird dieses W auch als Wein benutzt oder übersetzt. Wir nutzen hier Wärme, weil der Fasan mag warme Regionen und er kommt so in Höhenlagen bis ca. 600 Metern vor. Passend zur Wärme haben wir das Wasser, weil wenn es warm ist, geht man auch gerne mal ins Wasser. Und der Fasan mag sehr gerne kleine Gräben, Wasserflächen, die auch von Schilf umsäumt sind. Da in dem Schilf findet er unter anderem sehr gut Deckung und das Wasser dient ihm natürlich auch zum Trinken. Zusammenfassend kann man also sagen, dass wir uns die fünf Ws zum Fasan merken müssen. Und es ist so, dass reine Waldreviere oder reine Feldreviere eher nichts für den Fasan sind. Der Fasan mag es, wenn wir so eine gleiche Aufteilung zwischen Wald, Feld und Wiesen haben. Ein paar Wasser, ein paar Schilfflächen. Also dieses sehr abwechslungsreiche, dieses kleinteilige mag der Fasan eben sehr gerne. Ich wiederhole nochmal, die fünf Ws sind Wiesen, Weizen, Wald, Wasser und Wärme. So, die solltet ihr drauf haben, dann könnt ihr schon relativ viel zum Fasan erzählen. Jetzt gibt es natürlich auch noch ein paar andere Fakten zum Fasan, die man können sollte. Und zwar ist es zum einen, dass der Fasan polygam lebt. Das heißt, er hat keine feste Paarbindung. Ihr solltet wissen, dass der Fasan oder bei dem Fasan in Revieren ein Geschlechterverhältnis angestrebt wird, von einem Hahn zu drei bis sogar sechs Hennen. Und es gibt beim Fasan den sogenannten Brutparasitismus. Und da ist es so, dass der Fasan oder die Fasanhenne hin und wieder Eier in Rebhuhngelege legt. Und das ist der sogenannte Brutparasitismus. Ihr habt schon gelernt, dass der Fasan Schlafbäume aufsucht. Das ist auch sehr wichtig zu wissen. Den laufenden Fasan nennen wir Infanteristen. Das heißt, ein Fasan, der zu Fuß unterwegs ist, ist der Infanterist. Mehrere aufsteigende Hähne nennen wir das Bouquet. Die Henne mit den jungen Fasanen nennen wir Gesperre. Und wichtig ist auch noch der Sporn. Den solltet ihr auch noch oder davon solltet ihr schon mal gehört haben. Der Sporn ist nichts anderes als so ein Dorn an der Hinterferse des Fasanenhahnes. Das heißt, da genau an der Ferse, bei dem Ständer des Fasans, ist da so ein Dorn dran und der wird Sporn genannt. Bereitet euch auch darauf vor, dass ihr zum Beispiel nach möglichen Hegemaßnahmen zum Thema Fasanen gefragt werdet. Das heißt, ihr solltet so ungefähr sagen können, ja was oder wie kann ich jetzt mein Revier ausgestalten, um zum Beispiel den Bestand an Fasanen aufrecht zu erhalten oder um den Bestand zu erhöhen. Und da ist zum Beispiel eine gute Antwort immer die Raubwildbejagung, weil zum Beispiel Füchse, natürlich Fressfeinde des Fasans, aber auch zum Beispiel das Schwarzwild räumt gerne mal Nester des Fasans leer. Weil wir gelernt haben, Fasanen ist ein Hühnervogel, er ist ein Bodenbrüter und deshalb geht da das Schwarzwild auch gerne mal ran. Der Waschbär ist ein Feind, genau, also die Prädatorenbejagung, die Bejagung des Raubwilds wäre eine Hegemaßnahme. Das Anlegen von Hecken wäre eine Hegemaßnahme. Das Anlegen von Blühstreifen wäre eine Hegemaßnahme. Also das heißt, da seht ihr auch, wenn ihr zum Beispiel die 5 Ws einfach mal durchgeht, habt ihr da sehr viele Antworten, was ihr an Hegemaßnahmen für den Fasanen tun könnt. Ja, das war es erstmal zum Thema Fasanen, alle wichtigen Punkte. Das ist auch der Hühnervogel, wo ihr eigentlich das meiste drüber wissen müsst, weil er in Deutschland eben auch sehr häufig vorkommt. Und jetzt schauen wir uns nochmal die anderen Hühnervögel an und was ihr dazu wissen müsst, beziehungsweise die anderen Feldhühner, um genau zu sein. Das ist auch der Hühnervogel, um genau zu sein.